Jo, hallöchen und willkommen zurück bei Towns. Wir werkeln hier direkt weiter. Ah, guck, 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 das erste Weed wächst schon. Der steht ja mit dem Stein da und weiß gar nicht recht, was er damit anstellen soll. Ich weiß gar nicht, warum der nix macht. Ach, achso, da hat die Wand gebaut. Achso. Jo, aber wir werden jetzt mal versuchen, hier ein paar Äppelbäume und so anzupflanzen. Äh, Human Hummus on Grass. Da müssen wir jetzt noch mehr so in den Feldern machen. Ähm, ähm, wir machen mal hier hinten so einen Streifen hin, würde ich sagen. Da können sie dann anpflanzen, weil das Essen wird langsam echt knapp. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit dieser komischen Schlachtbank? Äh, hier. Kitchen, Wood Kitchen. Gut, haut das mal rein. Dann... Mason's Bench, Stone, Stone. Und Stone haben wir auch genug. Hau das auch mal noch mit rein. So, die machen das jetzt gerade hier hübsch fertig. Bin ich begeistert. Den... Chop Tree können wir mal mal choppen. Mushroom... Bush. Pilzbush? Hä? Oh, 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 oh. Jetzt wird's langsam eng, 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 eng. Kann ich denn so einen... so... ich brauch doch so einen Bäckerofen. Stone, Stone & Bakery. Hey, Alter, wie viele Räume brauche ich denn noch? Äh, mach mal erstmal eine... Bakery hier draußen. Einfach nochmal geschwind mit hin. So. Und bauen dann noch den... Bakers Ofen. Hopp. Und... Harvest. So. Oh, jetzt gehen sie doch langsam mal ins Pädchen schlafen. Und die rennen einfach hier durch die Wand durch. Was geht denn? Wieso rennen die einfach durch die Wand durch? Ich hab da extra eine Tür reingebaut. Hallo? Hab ich noch irgendwas verkehrt gemacht? Fehlt das Dach? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie nichts mehr zu fressen haben. Chicken. Kill Chicken. Hier ebenfalls. Äh, Kill Chicken. Kill Chicken. Wir haben da manchmal noch mehr Viehzeug. Hier, kill den Badger. Kill das Chicken. Äh, der sieht gefährlich aus. Den lassen wir in Ruhe. Ich brauche auf jeden Fall dringend zu fressen. Dringend zu fressen. So. Ähm. Elite, Ed, Remove, Flüssigkeiten. Nee, 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 nee. Machen die jetzt eigentlich... Oh, ja, 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 ja. Jetzt wird's eng, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Ich brauche dringend zu fressen. Ja, kann ich die jetzt eigentlich irgendwie auch... Machen die das von selbst? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen uns mal, äh, Carpenters Bench, Masons Bench, Wood und Flint. Ich hab kein Flint! Ich hab kein Flint! Ich hab kein Flint! Verdammte Scheiße! Ich kriege ein Flint, ja! Halt, dann müssen wir hier... Hallo? Ah, natürlich jetzt, äh... Hier, kill den Bullen! Oh, jetzt ist er schon gestorben. Badger da ist, okay. Den Bullen kannst du auch mal killen. Die fressen das ganze Rohr vielleicht? Oh mein Gott, haben die Hunger. Hier, kill den Badger. Äh, es muss doch irgendwo noch Nahrung geben. So, das könnt ihr mal, ähm, Harvest. Hier, kill die Kuh. Da ist noch ein Chicken, das könnt ihr auch noch killen. Kill Chicken. Das könnt ihr noch Harvesten. Hier ist nichts Gefährliches. Hier ist nichts Gefährliches. Gut, dann könnt ihr hier auch noch Harvesten. Oh mein Gott. Jetzt wird's langsam echt eng. Echt eng, echt, 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 echt eng. So. Gut, ähm... Dann haben wir hier noch ein Schweinchen. Das könnt ihr noch killen. Das Piggy. Ähm, das Piggy könnt ihr noch killen. Hier hinten haben wir noch ein Piggy. Das könnt ihr noch killen. Ey, die kommt einfach so durch den Berg gelaufen. Ja, legt's ja nicht einfach bloß ab, sondern bringt's nach Hause. Ihr wollt doch noch was essen, oder? Okay, einer ist ja schon gestorben, aber wir haben ja noch welche. So, ähm... Human Moves on Grass. Hier, Apple-Bäume musst du noch pflanzen. Und, ähm, wir machen noch ein paar cool Snowcherry Schneekirchen. Komm, wir machen uns noch ein paar Bananenbäume. Dann können wir noch ein paar Bananen mitessen. Äh, Bananenbäume gehen nicht, weil... Hummus on Jungle. Hä? Wie Jungle? Ach, Sand hier. Ach so. Und Birne, Hummus on Grass. Na, dann machen wir ein bisschen Birne hier. Ja, ein bisschen Birne anpflanzen. Hier ist ja nichts mehr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber warum machen die, äh, Raw Meat? Destroy, manage, stockpile, destroy. Till Grass. Wie kann ich denn jetzt hier... Destroy Kitchen Table, Expand. Destroy Lockwall, ne, hier. Expand Kitchen, Delete Kitchen. Wie, 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 wo war denn das? Wie war denn das? Wie konnte ich denn die... anweisen, dass die da was zu futtern machen? Ach, ich muss doch, glaube ich, hier im, im, im Menü hier, äh... da? Nee. Nee. Ich muss die doch, glaube ich, irgendwo anweisen, dass die... fressen machen. Wie ging das, wie ging das, wie ging das, wie ging das? Gut. Appet Pee. Oh man, wie ging das, wie ging das? Das ganze, das ganze rohe Zeug. Die werden wir hier bald wegsterben. Hier, 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 das kannst du wieder harbisten. Kann man das eigentlich auch schon wieder harbisten? Until Hummus on Grass. Nee. Dann lassen wir das. Ähm. Raw Pork. Till Grass. Destroy Raw Pork. Ich will, dass ihr das Zeug mal kocht. Oder schlachtet wenigstens. Was ist das für ne Kuh? Kill Bull. Los. Haha. Das ist jetzt nicht Kill Bill, das ist Kill Bull. Oh, die sind dann wenigstens, zumindest noch schön am Anpflanzen. Wenn ich jetzt wüsste, wie das war mit dem Essen machen. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß das nicht mehr, wie man was, wie man was Fleisch brät und so. Oder zumindest schlachtet. Kann ich dir jetzt eigentlich Aufträge geben? Äh, Dicktyl Crossnull. Ihr müsst doch nicht das rohe Fleisch fressen. Ihr blöden Hornbrier. Hier. Komm, kill den Bull. Dann habt ihr halt noch ein bisschen mehr rohes Fleisch. Komm, dann kannst du das Ding auch noch killen. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Weed. Kannst du auch mal noch Harvest Weed. Dann können wir gleich noch mehrere anpflanzen. Destroy. Add. Remove. Wie zur Hölle kann ich denn... Ähm, Chop Tree? Wie zur Hölle war denn das? Wie konnte ich denn backen? Mano, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier können wir noch, äh... Harvest Weed. Harvest Weed. Ja, es ist jetzt schön, dass ich das nicht weiß. Meine Fresse, Mann. Ähm... Wie ging der Ditte? Wie ging der Ditte? Bei Wänden war es definitiv nicht drin, äh, Utilities. cooking bowl stilett ab bla 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 color mixing bench heizskinning table auch nicht aber wo kriege ich flint her wo kriege ich flint her ihr müsst mal noch ein bisschen meinen hier achso muss ich tiefer gehen ja ist ja wurscht dann tu doch mal hier noch ein bisschen meinen halt meinen hier ich muss ja irgendwoher muss ich noch ein bisschen flint kriegen und hier können wir noch ein bisschen harvesten ich weiß nicht von den steinen wäre ich wohl kaum irgendwelche flints herbekommen was ist denn das hier überhaupt gravel bekomme ich von gravel eigentlich flint flint äh dick also was machen wir dick und dann dicke letter oder sowas dicke better letter so hier tun wir gleich wieder harvesten es geht ja langsam voran aber ich müsste mal was zu fressen machen oh 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 harvest hier jetzt sind die leute mit hunger sind als erstes am start verständlich hier haben wir jede menge holz 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 wenn ich sie rumlaufen lasse ich hab Angst dass sie sterben aber egal ihr müsst ja für essen sorgen so also hier mal ganz fett harvesten hier los 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 was ist denn das hier gravel ja dann mind mal noch ein bisschen gravel so und hier auch noch so und dann könnt ihr auch mal noch ein bisschen stein hier meinen mit allem was noch an der oberfläche zu meinen ist können wir jetzt mal weg meinen das problem ist halt nur dass die fläche jetzt langsam voll wird ähm dann könnten wir uns eigentlich mal versuchen daweil ein dach zu bauen dach 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 broken roof stone stone ganz normales wood waste bench stone stone für einmal dach ähm 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 ja wurscht ne äh moment ich glaub da muss ich eine ebene höher wenn ich ein dach bauen will kann das sein machen wir level up hier so letzte stone so kommen die da überhaupt ran ich weiß es gar nicht ziehen wir hier komplett ein dach drüber ich weiß es gar nicht ob die da überhaupt dran kommen ich hab keine ahnung so hopp 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 wunderschön gehen wir mal in die etage die aber es sieht nicht so aus entweder sind sie alle beschäftigt oder ja hier können wir wieder ein bisschen harvesten gibt es noch ein bisschen obst hier können wir noch ein bisschen harvesten gibt es auch noch ein bisschen obst äh ja das ist der einzige druckbaum hätte ich jetzt gar nicht so sehr markieren müssen hier haben wir noch steine überall rumfliegen mhm das getreide können wir ja lassen wir es erstmal noch stehen aber jetzt geht es auch voran ich glaube die bauen das dach und jamie da spielt farming simulator ich glaube die bauen das dach ich sehe zwar noch nichts vom dach aber sie bauen es hier guck 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 broken roof sie bauen es hier müssen wir noch ein bisschen sammeln 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 so wir können das bisschen wheat noch harvesten das heißt dass wir dann gleich wieder mehr anpflanzen ähm für holz habe ich jetzt gerade so gar keine äh funktion weiter haben die jetzt eigentlich mal hier das loch gebuddelt genau ja da muss ich eins runter so eins runter meine letter ja dann mein mal a letter oh das ist er ja schon oh oh geht ein leiter runter kann ich noch eins runter ganz schön tief hier was willst du jetzt da unten eigentlich so macht er mal hier bum bum und so die sind jetzt tatsächlich da unten am meinen ich sehe es aber nicht muss ich mal hier äh so ich sehe es ja nicht eins höher ach hier sind sie jetzt ja aber ich hab halt immer noch nix ähm weiter harbisten weiter harbisten geht mal weiter da rein ja leute ich weiß ihr habt immer noch hunger es tut mir so leid oh da sehe ich dich sogar so ein bisschen unter das ist sowieso eine art tagebau jetzt gerade hier in dem blickfeld glaube ich was haben wir hier frocky frocky bleeding bleeding oh hier könnt ihr wieder harbisten ich bin erst zufrieden wenn ähm sach wenn wieder ein bisschen futter auf vorrat ist vorher bin ich nicht zufrieden halt hier harbisten 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 erst dann bin ich zufrieden wenn wieder ein bisschen futter auf vorrat ist hey es geht um essen erntet euer zeug hier hinten gibt es noch nix weiter schönes bäume könntet ihr fällen aber das holzlager ist erstmal voll wir haben noch nix steine wie sieht es mit dem dach aus ja so ein bisschen geht es voran aber die frage ist halt warum kann ich das nicht in der luft bauen ich ziehe mal hier noch eins rüber so und hier haben wir noch eins rüber so und ach ich kann das wieder bloß streifenweise bauen müssen das ist für ein humbug das ist für ein humbug dass ich das Zeug bloß streifenweise bauen kann das ist wieder mal eine kuriosität aber wenn schon Häuschen dann noch wenigstens stabil weil soweit ich weiß ähm gibt das Holzzeug irgendwann ne das kann denn nicht sein dass ich jetzt bloß hier äh ich will das kläppst du da selber nicht dass ich das bloß streifenweise hierher klatschen kann was ist denn das für Müll das gefällt mir jetzt mal so gar nicht eigentlich vielleicht mache ich es ja auch verkehrt wenn ich es verkehrt mache dann wird mich wahrscheinlich auch schon irgendjemand von euch darauf hinweisen so machen wir fix das dach noch fertig warum habe ich es eigentlich nicht komplett durchgezogen hier du Horndreher alter hier ist noch frei so okay jetzt haben wir das erstmal wieder gehen wir wieder in eine Etage tiefer dass wir unsere Leutchen sehen und ihr könnt hier nochmal harbisten die fressen mir echt die Äpfel vom Baum ähm wie es denn weitergeht seht ihr dann im nächsten Part also Leute haut rein macht's gut und ciao ciao ciao